Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und heute bin ich wieder für euch in Battle for a Sword unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Horde-only-Mount und zwar deswegen bin ich auf meinem Horden-Char, hier mein Horden-Rate-Char. Und zwar geht es um das Kofu-Mount. Ich befinde mich hier oben bei den Koordinaten 70-50, da wird sich nämlich das meiste abspielen, was wir für das Mount hier erledigen müssen. Und zwar habe ich das Mount jetzt selbst noch nicht, ich wollte euch nämlich den Moment nicht rauben. Ich bekomme das Mount, sobald ich diese Quest hier abgebe, bis dahin ist es aber ein langer Weg. Und zwar, was müsst ihr als allererstes machen? Ihr braucht einen Char, der ein Horden-Char ist und am besten auch 120, denn die Questreihe, die ihr beginnen müsst, könnt ihr erst machen, wenn ihr 120 seid. Dann müsst ihr diese Pterodax-Dinger hier umhauen, solche Mobs. Und zwar droppen eigentlich fast alle Pterodaxe in komplett Zandala, können dementsprechend ein Ei droppen, dass diese Quest startet. Es gibt zwei Spots, die relativ gut sind. Spot Nummer 1 ist der, den ich am Anfang gefarmt habe, der jetzt nicht so nice war. Das war hier oben bei diesen Pterodaxen. Da habe ich relativ viele umgehauen, droppen ist nicht so gut. Den Spot, den ich empfehlen kann, der ist hier oben in der Hauptstadt drin, Tazahalor. Hier, hier oben, von der Spitze hier bis hier hinten sind auch ein Haufen Pterodaxe. Die könnt ihr umboxen. Wenn ihr das in der Gruppe macht, ist es bei denen so, dass die mit einem Spawn zusammenhängen und immer eine bestimmte Anzahl an Mobs hier sein muss. Heißt, wenn ihr alle gleichzeitig pullt und tötet, spawnen instant neue. Wenn ihr die nacheinander quasi langsam tötet, dann habt ihr nicht so einen schnellen Spawn. Also wenn ihr das in einer Gruppe macht, die alle irgendwo in der Mitte zusammenzieht, alle instant killt, dann kommen gleich wieder neue nach. Und ihr könnt halt hier quasi einen Dauerfarm machen und dann geht das relativ effizient. Die Dropchance ist nicht die beste, es ist ein bisschen lackerping. Ich hatte meins, glaube ich, nach einer Viertelstunde oder so, was sehr, sehr gut ist. Ich kenne andere, die haben hier Stunden gefarmt und es immer noch nicht. Also das ist ein bisschen tricky, wie bei den World Boss Mounts, die ihr sonst auch schon kennt. Wenn ihr das Ei habt, dann beginnt eine Questreihe, die euch etwa 25 bis 30 Tage Zeit kosten wird. Denn es sind immer Quests, die ihr erledigen müsst, die relativ einfach sind. Ihr könnt aber immer nur eine Quest am Tag machen. Das schickt euch einmal hier nach oben, wo ich jetzt bin. Da ist auch der quasi der Pyterodax-Lower, hier haben wir ihn, Paku. Und hier gibt es dann verschiedene Quests. Ihr habt dann erstmal das Ei, das legt ihr hier hin. Und hier habt ihr so einen Typen, der euch quasi hilft, der Guja. Und ihr müsst dann bei eurem kleinen Kofu immer Quests machen. Heißt, ihr müsst losziehen, hier unten ist ein Händler, Fleisch holen. Oder ihr müsst ihn finden, weil er irgendwo ausgebüxt ist. Und ihr müsst ihn wieder eintüten. Das sind Quests, die dauern euch zwei, drei Minuten. Vielleicht auch, wenn ihr länger weiter weglaufen müsst, fünf Minuten. Aber mehr ist das nicht. Ihr müsst bloß jeden Tag dran denken. Und ich bin jemand, naja. Ihr könnt natürlich auch ein paar Tage zwischendrin skippen, aber dann braucht ihr halt noch länger. Und ich habe jetzt etwa einen Monat gebraucht. Habe alle Quests gemacht. Man sieht auch ein bisschen, wie weit man ist, weil über dem ist so ein kleiner Rufbalken, der quasi hoch geht. Und immer wenn er einen Balken voll hat, dann wächst er ein bisschen. Also meiner ist jetzt schon ganz groß. Am Anfang ist es ein relativ kleines Küken. Die Quests sind jetzt nicht spektakulär. Deswegen, ja, brauche ich die jetzt nicht im Einzelnen zeigen. Zusätzlich gibt es da auch ein Achievement für. Warte mal, das werdet ihr gleich sehen. Beziehungsweise ich kann es euch jetzt mal zeigen, weil ich weiß nicht, ob es man noch im Dings anschauen kann. Und zwar ist das das Paku-Achievement hier. Ne, das ist es nicht. Moment. Das hier ist es. Pedere Dax Zemen leicht gemacht. Das hat vier verschiedene Unterpunkte. Und jedes Mal, wenn er einen Rufbalken voll hat, dann geht er in die nächste Stufe und wird wieder ein bisschen größer. Wenn ihr dann komplett fertig seid nach etwa einem Monat, dann kriegt ihr quasi die Endquest. Könnt dann hierher gehen. Gebt das hier ab. Habt dann quasi das vierte Ding auch. Das ist so eine Endquest. Will jetzt nicht zu viel verraten hier. Das kommt ungelegen. So, wir sind einmal durch. Haben dann das Mount und können das lernen. Im Endeffekt ist es, ja, macht es am besten mit dem Spot, den ich euch hier gezeigt habe. Hier oben bei den Koordinaten, ähm, ja, was ist es? 40, 16 etwa hier. Das hier ist in der Gruppe farmt. Und dann 30 Tage Quest machen. Das war's. Und wie gesagt, Horde only. Ihr könnt es nicht mit einem Allianzchar machen und wahrscheinlich dann auch nicht mit einem Allianzchar fliegen. Beziehungsweise nicht fliegen. Ich hab gelesen, dass es kein Flugmount ist, sondern dass es nur ein Bodenmount ist. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel von der Geschichte spoilern. Aber man versucht hier einige Male mit ihm zu fliegen. Und das ist jetzt so eine kleine Drama-Geschichte. Und ja. Aber ja, seine Flügel kann er zumindest ausbreiten im Mountstyle. Ja, sieht auf jeden Fall schick aus. Ist ein nettes Mount. Und ist eine cool gemachte Story außenrum, muss ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Man muss bloß jeden Tag oder alle paar Tage zumindest dran denken, dass man es macht. Gut. Das war's mit dem kleinen Mountguide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne, ähm, abonnieren. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tela. Bis dann. Ciao.